Mit 51 Anlagen transportieren wir 10 Millionen Gäste. Grundsätzlich sind wir in einem Skigebiet tätig. Unsere Anlagen fahren von 1600 Meter bis auf 3880 Meter. Und das ist natürlich für die ganzen Ersatzteile und die ganzen Ressourcen eine riesen Herausforderung. Vor allem in der Technik muss man sehr kritisch sein. Und da ist einfach nur das Beste gut genug. Motorex, I love Switzerland.